Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 39 Cent, der Preis hat sich also im Gegensatz zu gestern nicht wirklich verändert. 0,15% ist hier nicht die Welt, aber wir sehen diese kleinen Schwankungen hier, sind auf jeden Fall interessant. Das springt immer so zwischen 1 und 2 Cent hoch und runter, ganz plötzlich, innerhalb von hier teilweise 5 Minuten Takten. Entweder ist das ein Übermittlungsfehler von der Schnittstelle oder das Ganze ist wirklich ziemlich komisch, wie der Preis sich hier teilweise bewegt. Dafür schauen wir auch einmal rein und der erste Tweet für heute kommt von MacAttackXRP und hier geht es direkt um ein sehr spannendes Thema. Und zwar um einen Aufruf bzw. einen Vorschlag in der Community, der jetzt immer größer und lauter wird eigentlich. Und zwar, dass die Gebühren von den XRP Transaktionen angepasst werden sollen. Aktuell ist es ja so, für jede XRP Transaktion bezahlt man einen Drop, also sozusagen die kleinste Einheit von einem XRP. In dem Fall hat das glaube ich 6 Nachkommastellen, also 0,00001. Habe ich genug 0 gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. XRP. Und viele Leute argumentieren so ein bisschen, das ist zwar schön, wenn man jetzt kleinere Transaktionen hat, aber auf der anderen Seite sagen sie, eigentlich sollten größere Transaktionen, wo mehr Geld verschoben wird, sage ich mal, ja auch in der Form irgendwie höhere Gebühren haben. Also sollte das quasi dynamisch angepasst werden in Relation dazu, wie viel Geld verschoben wird quasi. Erstmal ist das jetzt ein Thema, was nicht wirklich 100% neu ist. Ich glaube, das kam schon mal auf vor ein, zwei Jahren. Jetzt hat sich aber auch David Schwartz dazu geäußert. David Schwartz ist ja CTO, also technischer Leiter bei Ripple. Und ja, er hat tatsächlich gesagt, dass er das gar keine schlechte Idee findet, beziehungsweise andersrum, dass er jetzt eigentlich eine gute Idee findet. Und für mich ist es auch ein bisschen tricky, wie man da jetzt so ein bisschen rangeht, denn dieses Problem hat natürlich viele verschiedene Blickwinkel im Endeffekt. Deswegen wollte ich kurz mal ein paar Eckdaten, sage ich mal, geben zu den Transaktionen, wie sie laufen auf dem XRP Ledger. Also generell, wenn ich jetzt Geld schicke, ich schicke jetzt zum Beispiel 10 XRP irgendwo hin, dann bezahle ich halt eben diese 0,0000001 XRP als Transaktionsgebühr und diese Transaktionsgebühren werden verbrannt. Das heißt also, insgesamt ist XRP, der gesamte Token quasi deflationär. Also in einer überspitzten Welt, sage ich mal, wo wir jetzt Trillionen von Transaktionen machen würden, würde das Gesamtangebot von XRP weiter schrumpfen, also würde weiter sinken, permanent. Das tut es aktuell auch schon, aber natürlich so klein, dass es für die meisten Leute nicht messbar ist, wenn man sich nicht wirklich damit befasst, sage ich mal. Und hier haben wir dann einmal Flo Flo. Er spricht hier auch darüber, der XRP Ledger ist zu günstig, sozusagen. Transaktionsgebühren, die verbrannt werden, ist einfach nicht genug, um XRP in den zweistelligen Bereich zu bringen, sage ich mal, also 10 Dollar plus quasi. Sollte es eine Änderung geben, dass mehr Transaktionsgebühren hier anfallen, auch natürlich verbrannt werden und so weiter, wenn mehr Geld transferiert wird. Ich sage mal, erstmal ist das wahrscheinlich ein Satz, den man sehr, sehr selten hört in der Wirtschaft. Ist zu günstig, zu günstig, das ist ja schon wieder schlecht quasi. In der Form muss man einfach sagen, die Stärken des XRP Ledgers liegen ja gerade darin, dass man so günstig Transaktionen schicken kann, dass man so günstig Geld schicken kann. Und das ist eigentlich auch den Vorteil, den man immer überall hervorhebt, den auch ich immer überall hervorhebe und so weiter. Denn wenn viele Transaktionen bearbeitet werden, ist es aktuell für die Banken meistens noch mit Kosten verbunden, also mit höheren Kosten. Wenn man den XRP Ledger nutzen würde, dann wären diese Kosten minimaler. Natürlich tut das jetzt irgendwelchen größeren Firmen nicht weh, wenn sie jetzt statt 0,00001 Cent für die eine Milliarde, die sie hin und her schieben, bezahlen oder halt eben einen halben Cent oder einen Cent vielleicht oder sowas. Es wäre natürlich immer noch eine große Verbesserung. Auf der anderen Seite würde das aber wahrscheinlich diesen Burn-Mechanism da auf jeden Fall vorantreiben. Es gibt eigentlich jetzt zwei Szenarien, wie ich das betrachte. Auf der einen Seite könnte es sein, Ripple weiß selbst, dass sie in Zukunft sehr viele Transaktionen auf dem XRP Ledger haben werden und das deswegen eigentlich keine smarte Idee wäre. Denn wenn natürlich jeden Tag ein paar hundert XRP verbrannt werden würden oder sowas, dann würde XRP mit Sicherheit ziemlich schnell sehr rar werden. Denn dann würde ja das Angebot sinken und die Nachfrage entweder gleich bleiben oder steigend, womit dann natürlich der Preis auch steigen würde. Das heißt also, wenn das der Fall ist, dann wäre ich halt eben auch dagegen. Auf der anderen Seite, wenn es quasi alles genauso bleibt, wie jetzt heutzutage auch, nur halt noch ein paar mehr On-Demand-Aquility-Kunden ongebordet werden, ein paar mehr Netzwerke, die gesponnen werden und so weiter, dann wäre es mit Sicherheit ratsam, so eine Änderung durchzuführen. Das heißt, natürlich würde mich eure Meinung auch sehr interessieren bei diesem Thema. Schreibt dazu gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt. Sollte da irgendwie der Preis angepasst werden pro Transaktion? Sagt ihr, okay, wenn 4 Milliarden verschieben, dann sollten sie auch irgendwie mal einen Cent oder vielleicht sogar 5 Cent bezahlen können an Transaktionen? Oder sagt ihr, nee, das ist eine der Stärken des XRP Ledgers, dass alle Transaktionen quasi genau gleich behandelt werden, egal ob ich jetzt nur 5 Dollar schicke oder 5 Milliarden Dollar quasi? Würde mich an der Stelle mal sehr interessieren. Okay, dann haben wir hier den 23. März von R3 und zwar die EU launcht das DLT, also Distributed Ledger Technology Pilotprogramm, als Teil des Digital Finance Packages. Hier von Funds Europe gibt es entsprechend einen Artikel dazu, kann man sich dann hier einmal anschauen. Hier geht es dann einmal um die Zukunft von Europa, beziehungsweise der Europäischen Union, ist ja ein Unterschied, also über Digitalisierung in dem Finanzsektor, genau das, wo Ripple sich natürlich auch schon permanent mit befasst. Und ja, das wird auch keinen Halt machen vor irgendwelchen anderen Zentralbanken, also egal, ob man jetzt irgendwie europäischen Raum hat, ob man irgendwie amerikanischen Raum hat und so weiter, das wird alles natürlich digitalisiert und als CBDC, also Central Bank Digital Currency, irgendwann verwendet werden. Dann haben wir Michael Branch. John E. Deaton hat hier gesagt, dass der Ripple-Fall auch noch 2 Monate länger dauern könnte. Das ist natürlich erstmal eine Aussage, die man in der XRP-Community nicht gerne hört oder nicht gerne hören möchte, sozusagen. Aber gut, wir wollen ja hier alle Seiten beleuchten und das nicht irgendwie einseitig darstellen. Das heißt also, er, einer der Top-Anwälte aus dem Space, sagt jetzt, hey, das könnte durchaus sein. Man hält es nicht für unrealistisch, sozusagen. Und deswegen sollte man das entsprechend auch so hinnehmen, was er sagt. Natürlich muss man das jetzt nicht 100% glauben oder sagen, okay, er hat genau recht. Aber es könnte natürlich sein und diese Möglichkeit spricht er hier auf jeden Fall an. Auf der anderen Seite spricht Bloomberg darüber, dass Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple, eine große Entscheidung bald erwartet und man zumindest weiß, in welche Richtung es geht. Und das denke ich und hoffe ich ja auch, dass wir zumindest diesen März noch irgendwann halt eben sehen werden, in welche Richtung das Ganze zumindest geht. Ob die Richterin sagt, ja, ich sehe da einen Punkt oder ob die Richterin sagt, nee, okay, irgendwie hat Ripple da doch recht. Das sind eigentlich die zwei großen Wege, sage ich mal. Und auch alleine wegen diesem Statement von Brad Garlinghouse gehe ich einfach mal davon aus, dass in den nächsten Wochen da etwas zukommen wird. Dann haben wir hier DKSH, ein Partner vom Ripple Nutzer 2C2P. Hat eine neue Payment Capabilities Plattform gebaut. Und zwar mit e-Wallets, also mit digitalen Wallets sozusagen für mehr Sicherheit. Natürlich auch hier Compliant, also alles total richtig reguliert und alles und zwar in der Target-Region Asien. Dort nutzt 2C2P eben auch das RippleNet und deswegen liegt das Ganze ja auch sehr nah, dass da RippleNet genutzt werden könnte. Dann haben wir hier Moon Family Sedan und zwar geht es hier um die Anzahl der neuen XRP-Accounts, die erstellt wird. Wir hatten letztens einen großen Spike hier an sehr vielen neuen XRP-Wallets und zwar 4000 an einem Tag. Das ist erstmal natürlich jetzt nicht so ultra viel, weil wir wissen, viele Leute haben ja auch mehrere Accounts und so weiter. Aber es war tatsächlich ein 300%-Anstieg von den 1000 irgendwas Stück, die es an dem Tag zuvor waren und eigentlich hier permanent sind. Also die Frage ist so ein bisschen, gab es hierfür einen wichtigen Grund, dass das Ganze hier wirklich so hoch gespiked ist? Wüsste ich jetzt so nicht, aber wir wissen auch, die Insider werden vorher irgendwas machen, bevor die Öffentlichkeit es weiß. Das heißt also, da könnte man spekulieren, dass da irgendwelche Insider sich vielleicht neue Wallets erstellt haben. Who knows? Dann haben wir hier ISO 20022, let's do it. Und zwar haben wir hier das IMF-Dokument von März diesen Jahres, Improving Cross-Border Payments. Und zwar mit Erwähnung von XRP natürlich. Hier beim Glossar XRP, Crypto Asset, bei Ripple. Ich meine, klar, wir wissen von Ripple, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Formulierung. Aber wir geben ihnen mal den Punkt und sagen, okay, wir wissen, was ihr meint, ist okay. Aber insgesamt ist natürlich cool, dass es hier als Crypto Asset, also als Crypto Wert sozusagen angesehen wird und nicht als Aktie von Ripple. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Coingraph News. Und zwar hier ich auf dem Weg, wie ich Leuten sagen soll, dass sie in Crypto investieren, nachdem ich dieses Jahr 70 Dollar an Gewinn gemacht habe. Ja, das ist natürlich hier schon ordentlich. Also das kann sich sehen lassen. Kein Gewinn ist zu klein, um ihn irgendwie liegen zu lassen, würde ich sagen. Aber ja, dann kann man sich tatsächlich wie der Boss fühlen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.